Wie sehr freust du dich, heute wieder im BVB-Trikot aufgelaufen zu sein? Sehr, natürlich. Das war lang ersehnt, dieses Spiel. Wenn ich vorher gesagt habe, ja komm, acht Wochen, die stehe ich irgendwie durch und jetzt sind schon 14, 15 Wochen, dann kann man sich vorstellen, wie es bei mir ausgesehen hat, innen drin, aber ja, jetzt war es eigentlich so weit. Nach exakt 213 Tagen, genau wie bei Nuri, besonders schöne Geschichte. Ihr habt auch lange gemeinsam um dieses Comeback gekämpft. Eine besonders schöne Geschichte, dass ihr danach noch die Doppel-Sechs gebildet habt. Ist das echt so? Ja, das ist stark. Ja, total. Wir verstehen uns da wirklich gut und sind echt gut befreundet und das stimmt. Also wir haben uns in der Zeit immer bei Laune gehalten und gegenseitig gepusht. Das geht für alle anderen auch. Marco ist da leider auch immer wieder dazu gestoßen mit seinen Verletzungen. Das hilft natürlich, wenn man durch so eine Zeit mit jemandem durchgeht, den man gut leiden kann. Kommen wir noch mal kurz zum Spiel. Ihr seid am Ende Gruppensieger. Darf man sich da überhaupt noch ärgern, dass man ein Spiel, was man eigentlich klar dominiert hat, wo man klar die bessere Mannschaft war, am Ende in Anführungsstrichen nur 1 zu 1 beendet hat? Ja klar, musste man sogar, weil das war sehr unnötig. Also nicht nur dieses Gegentor, vor allen Dingen auch wieder eine Chancenauswertung, die ausbaufähig ist. Aber ja, das Gegentor war total unnötig und ich denke, das hätten wir, wenn es dann nur ein 1 zu 0 ist, dann bringst du das halt über die Zeit. Aber das ärgert mich schon persönlich, auch wenn das Ziel natürlich erreicht ist, klar. Kommen wir noch mal kurz auf die ganzen Comebacker heute zurück. Dazu dann noch Kuba und Nuri auch. Merkt man irgendwie in der Mannschaft, dass es auch wieder so ein bisschen mehr, bessere, positivere Stimmung ist, dass man jetzt weiß, man kommt immer mehr zurück, man hat wieder diesen größeren Kader? Ja, ich denke schon. Also das ist halt in der Zeit, in der du wieder da bist und trainierst, das war bei Nuri, Kuba und mir schon jetzt eine Weile, aber dann noch nicht ran darfst, das zerrt so ein bisschen an den Nerven und heute war es dann endlich soweit. Ich glaube, das gibt uns allen auch nochmal einen positiven Schub und ich glaube auch, dass wir der Mannschaft insgesamt helfen können, weil wir haben weiterhin viele Spiele, auch im kommenden Jahr, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das ausschöpfen.